Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, deswegen schauen wir uns jetzt mal eine ganze Weile Kaffeebohnen an. Ja gut, was Helfer F, das war der da hinten, oh ja, der hat hier gut abgemäht, so. Wann ist der Dude langsam unterwegs heute? Es gab ein kurzes erst neues Update am 20.03. oder so. Und ja, es wurde vieles behoben, vieles gefixt. Oh, äh, egal. Das darf ich ja eigentlich nicht machen, ich hab's jetzt trotzdem mal gemacht. Und ich bin genau an der falschen Seite. Läuft bei mir. Ja. Geht ja schon wieder gut los hier. Ähm, ja. Ich weiß halt wirklich nicht, wo wir stehen geblieben sind das letzte Mal, deswegen erstmal hier das Saatgut abholen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Ja. Nein. Das schafft man nicht weg, das lagern wir ein. Ach stimmt, das wollte ich, äh, hab ich das letzte Mal gesagt. Wir wollten uns einen anderen Anhänger für das Zuckerrohr holen, weil das Feld zu groß ist für zwei solche kleinen Anhänger. Dann werden wir doch heute mal gucken, was wir da für ein großes Gerät finden. Was man natürlich mit anbauen kann. Vorher natürlich erstmal das Saatgut wegbringen. Wie immer muss sein. Ui! Ernsthaft? Ist jetzt nicht dein Ernst, ja. Meine Güte. Äh, so. Ui, 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 ähm, ja. Den Pressure fahren wir hier weg. Hier wird gleich wieder komplett neu alles, ähm, angebaut. Und der steht uns dazu hier nur im Wege rum. Ähm, wir stellen uns hier einfach hin. So, und einmal zuklappen. Und das geht natürlich nicht, wenn ich ausgestiegen bin. Eine Schweinerei. Irgendwo haben wir noch einen freien Traktor. Nein, haben wir nicht. So, palim, palim. Hä? Normalerweise lernen die doch weiter aus, wenn man aussteigt. Was ist denn das für ein Mist? Ja, komm jetzt hier hoch mit dem. Uuuuh. Meine Güte. Jetzt bist du aber immer leer. Ja. So, scheiß drauf. Ey. Das ist was Falsches. Was soll da abgekuppelt werden? Das kommt ran. Ja, was nehmen wir denn? Keine Ahnung. Was war das? Öl? Öl? Ach nee, Rettich. Nee, 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 nee. Weizen, Gerste, Hafer. Wir nehmen einfach mal Hafer. So, einmal aufklappen. Versuchen gerade hinzustellen. Klappt nicht. Helfer. Weit deines Amtes. Jo, der nimmt alles mit. Dann muss ich zum Zuckerrohr. Und Pferde wollten wir auch noch kaufen. Ich hoffe, ich habe dann später noch so viel Geld übrig. Ja, ich muss auch schon mal zum LKW rennen. Also, alleine ist das nicht sonderlich gut hier. Muss ich ehrlich sagen. Und mal wieder nachfüllen, würde ich sagen. Warum habe ich dort eine Null-Prozent-Anzeige? Ist das vielleicht der Dünger? Ich weiß es nicht. Da drauf erst mal gut. Komme. Ja. Das dauert. Yay, wir sind fertig. Und Helfer, arbeite für deinen Lohn. Helfer, Papa, 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 wird sich ein Objekt... Äh, ach komm. Schön. Uiuiui, uiui, uiuiui! Freundchen! Und so. So. Wo steige ich denn immer aus? Meine Güte. Genau, wir wollten hier die Anhänger verkaufen und einen größeren ankaufen. Jetzt ist das Problem, ich habe kein LKR, kein Dings. Doch, äh, ne, doch, ne, ne, doch, ne, keine Ahnung. Ähm. Garage. Die Anhänger, wo haben wir, da haben wir sie. Verkaufen, verkaufen. Anhänger. Zuckerrohr, da. Der umfasst, ach du scheiße. Der umfasst auch so viel. Oh, äh, nein. Der fasst ja mehr als das Doppelte. Aha, das ist jetzt die Frage. Kann ich den aber auch an, das Ding anschließen. Hm. Wir kaufen den einfach. Probieren, geht über studieren. Aber wir ändern die Farbe. Hehe. Äh, kaufen. Genau. So, dann, palim, 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 palim. Pferde, genau. Legt ihr auch mal Eier? Die legen einfach keine Eier, die faulen Spratzen. So, da niemand was in die Kommentare geschrieben hat, kaufe ich jetzt auf gut Glück. Einmal das. Dann holen wir uns einmal die Isabelle. Äh, ja, so ein schwarzes geht auch noch. Wollen wir ein Pferd haben, was aussieht wie eine Kuh? Ach, komm, ja. So, bestätigen. Uuhuhuhu. Kann ich jetzt mit dir... Hä... Mach mal, was Pferd. Das machen wir in der nächsten Folge. ja genau aber hier kaufen als auch noch was ja los verschieben stetigen macht eier macht eier ich habe tatsächlich wirklich keinen traktor womit ich den scheiß anhänger abholen kann warum das ist voll fies der hat ohne so ein kupplungsding dran scheiße stopp mal was fressen die pferde was fressen die pferde das könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben damit ich mich da so ein bisschen und so damit ich weiß was ich für die pferdchen aufheben muss wir gucken einfach warum habe ich ach das ist vom hühnerstall ok hab nichts gesagt stopp falsche richtung so hoh hihihi tit 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 titían Jetzt ist es aber hier. Was? Oh, Befüllung starten. Ähm. Wieso so wenig? Hä? Hä? Äh, ja gut. Wir haben aber jetzt, was wir wirklich wegfahren können. Das ist langweilig. Nö, da habe ich keine Lust drauf. Das ist langweilig. Äh, ja. Genau. Ein, was würde mich aber mal noch interessieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier kaufe, das Land, gehört mir dann auch der Viehhändler? Oder wenn ich mir das hier kaufe, oder wenn ich mir das hier kaufe, gehört mir dann die halbe Stadt und ich kriege Geld? Oder das hier, oder das hier, oder das, wieso kann ich das nicht kaufen, ist ja fies. Oder wenn ich mir das kaufe, gehört mir dann der Shop und ich kriege alles umsonst? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm. Ähm, ja, aber das war's auch schon wieder von der heutigen Folge. Wir haben endlich Pferdchen. Und, ja. In der nächsten Folge werden wir mal eine Runde reiten gehen, würde ich sagen. Und ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye, bye. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bis dahin.